Das Laserlicht dringt tief in die Haut ein und zersprengt die kleinen braunen Pigmentkörnchen in viele Einzelteile, die dann abtransportiert werden können. Im Falle einer Warze wird diese mit abgetragen. Es entsteht vorübergehend ein grauer Schauf. Er fällt ab und nach vier bis fünf Wochen ist die Haut wieder hell.